Sag Nabel. Nabel. Jetzt sag dreimal Nabel. Nabel, Nabel, Nabel. Zweimal buchstabieren. N-A-B-E-L, N-A-B-E-L. Jetzt sag es noch zweimal. Nabel, Nabel. Und womit isst du denn eine Suppe? Haha, mit der Gabel! Wirklich? Ich esse meine Suppe mit dem Löffel. Weißt du, wenn du die Suppe mit der Gabel isst, dann läuft doch die ganze flüssige... Weiß ich schon!